Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Treibhaus, das jetzt ein bisschen überbesetzt ist, wie mir scheint. Ich weiß gar nicht, wofür wir so viele Gärtner hier brauchen auf dieser Etage hier in diesem Treibhaus. Es passen drei Reihen, warum auch nicht, aber ich frage mich, wofür das gut ist. Letztendlich ergibt das ja auch nicht so viel Sinn. So, in dieser Folge werden wir unsere Crewmitglieder mal neu zuweisen. Ich überlege gerade, wo brauchen wir denn noch welche, die vielleicht nicht ganz so stark sind. Auf der Brücke vielleicht. Lager haben wir noch. Wir haben noch die Raffinerie, da kommen nur Experten rein. Ins Lager nicht, in die Raffinerie. Die Werkstatt, okay, könnte auch. Treibhaus nochmal. Ah, wir haben oben noch etwas. Die Kantine, da braucht auch nicht unbedingt so der größte Held rein. Das Klonlabor, ich glaube, das Klonlabor lassen wir erstmal frei. Die Brücke. Hier können wir jemanden zuweisen, da bin ich mir doch ziemlich sicher. Wenigstens einen untätigen, nein, einen abziehen von irgendwo. Ivanov. Gypsum, der ist doch, ja, im Treibhaus auch. Traktorstrahl, genau, Horn und im Hangar ist Ellen. Traktorstrahl. Ja, dann wäre das unsere nächste Aktion, unsere nächste Station, der Traktorstrahl nämlich. Sollen wir denn zwei hierher schicken? Turner ist im Hangar. In der Werkstatt ist York. Also Ellen aus dem Hangar und Horn aus dem Traktor. Erstmal Horn holen wir hierher. Job ist signiert. Und Ellen. Ja, erstmal wüsste ich sonst echt nicht, warum, ja, Experten auf der Brücke wären schon gut. Damit die, wie gesagt, diese Knotenpunkte reparieren können notfalls. Ansonsten, wo könnten wir denn Ellen noch reinstecken? In die Krankenstation einmal. Also, das Hangar wäre unser nächster Stopp, das wir da also Leute zuweisen. Und natürlich der Traktorstrahl. Wahrnehmung. Intelligenz und Resistenz hier. Resistenz ist ja auch nicht schlecht. Judin. Sie ist untätig. Ach, ich weiß nicht. Einer reicht hier. Wir können, glaube ich, nur zwei hier zuweisen. Dann brauchen wir also einen schon, der ein bisschen mehr kann. Turner war oft immer mit unten auf dem Planeten. Der kennt das schon. Steigt die Intelligenz und Resistenz, auch wenn die immer am gleichen Platz bleiben? Scheint mir fast so, oder? Nein, da tut sich nichts. Bleiben wir vielleicht erst mal bei Horn. Und holen Birk noch dazu. Ja. Du bekommst gleich eine Kollegin. Da kommt sie schon. Birk. Moment. War das weiß hier drin alles? Nein. Dann sagte ich die nächste Station Hangar und Traktorstrahl. Hangar erst mal. Oh, ich dachte, hier hätten wir jemanden abgezogen. Alan kommt woanders hin. Und Traktorstrahl ist ja jetzt gerade ziemlich einsam hier. So, mal sehen. Turner bleibt am Hangar. York ist in der Werkstatt. Jacobs ist in der Raffinerie. Judin ist untätig, aber ein Arachnoid. Dann ziehen wir aus der Werkstatt York ab, glaube ich. Ja. Der hat verbesserte Wahrnehmung. Job ist signed. Und hier kommt Judin rein. Aber Moment, wie sieht denn das aus mit der Raffinerie? Können da auch zwei arbeiten? Ah, da müssten wir in Menschen reinstecken. Ja, hier können zwei rein. Hier können zwei. Da müssten wir in Menschen reinstecken, von wegen Widerstandskraft, damit einer hier gut aufpassen, schießen kann und so. Judin, ja, Judin, Judin kommt drüben rein. Ich wollte nur gucken, ob da zwei reinpassen. Hier kommt sie hin. Judin. Job ist signed. So, Treibhaus sind zwei, Werkstatt ist einer, Brücke sind zwei, Traktorstrahl ist nur einer. Oh, dann brauchen wir noch einen für den Traktorstrahl. Joa, dann machen wir uns noch einen. Klonen wir noch einen Menschen. Oder? Können wir doch. Wir können sogar noch zwei klonen. Ach so, Unterkünfte haben wir da auch genug Platz. Ich denke mal, ja, oder? Wo steht denn das mit den Unterkünften? Zehn. Äh, nee, wir haben keine Unterkünfte mehr. Da haben wir nur zwei. Oh, da hätte es schon Krankheiten hier. Wird schon Trouble gegeben jetzt. Da müssen wir erstmal eine Unterkunft bauen für die Crew nochmal. Da können wir sogar bauen. Eisen, ja, haben wir doch genug von. Und wir bauen das schön nach... Ach so, nein. Wir wollten ja erst die Kantine bauen. Ui. Ja, und nun? Ja, dann ziehen wir den aus dem Garten halt wieder ab. Oder war das jetzt einer ohne besondere Fähigkeiten? Ja, denn wenn wir was hier an Bord beamen, dann brauchen wir schon da... Die Station muss schon voll besetzt sein mit guten Leuten. Und, ja, was machen wir denn da? Unterkünfte. Ja, dann ziehen wir... Wir gucken mal, wie sieht denn das... Oh, hoppla, da waren wir ja schon richtig hier. Wie sieht denn das aus im Treibhaus? Ist da jemand? Oh, die sind beide nicht so gut. Da könnte noch ein guter rein sogar. Ha, aber wir können keinen mehr klonen. Klonen. Mangels Schlafplatz. Wo können wir denn einen abziehen? Von der Brücke? Wer ist denn alles auf... Können die was auf der Brücke? Einen guten hätte ich... Burke. Burke ist auf der Brücke. Ja, den hätte ich ganz gerne da. Ob wir Horn nochmal nehmen sollen? Wo war der... Hatten wir vorher doch auch nicht unbedingt nur verbesserte da? Nee, das waren doch vorher... War doch Burke. Ach doch, Burke war da. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo die alle waren. Am Hangar sind... Ist jetzt auch... Irgendwie haben wir das blöd aufgeteilt. Wir haben überhaupt nichts richtig gemacht, habe ich den Eindruck. Wo sind die Leute alle? Es sind schon wieder welche gestorben, oder? Ach, wir wollten doch auch zum Hangar einen Verbesserten hinschicken. Wo wir... Überall wollten wir einen hinschicken. So viele haben wir nicht, Verbesserte. Da müssen wir uns schon entscheiden. Können wir die nicht so verbessern irgendwie? Was passiert denn hier in den Unterkünften eigentlich Schönes? Ah, die Maus. Nein. Hör auf, Maus. Oh, hier können wir nichts weitermachen. Okay. Ich überlege... Ich überlege... Jo, auf der Brücke ist ja bis jetzt nie was passiert. Wir ziehen doch den guten Burke. Burke ziehen wir wieder ab kurzfristig. Hierher. Hierher. Ja, muss dann erstmal so gehen. Und wir brauchen Bauplatz. Was ist denn voll? Unser Lager ist voll. Eisen und drei Kupfer. Vier Schwefel. Ja, da können wir doch was tun. Schawwefel-Geschützturm. Processing. Und Munition auch? Vielleicht Energiezellen? Nein, wir haben kein Lithium. Ach. Warum? Ach, der holt jetzt. Aha. Ah ja. Ich verstehe. Access granted. Das war's dann aber auch erstmal. Also, so langsam wird's voll. Aber langsam. Das gefällt mir. Das ist genau das richtige Tempo. Ich hoffe nur, dass hier nichts brutales passiert. Dass hier irgendwer angreift oder so. Was nochmal? Was brauchen wir? Kupfer, glaube ich, war das. Aber nicht mehr viel. Für die Kantine... Genau. Für die Kantine, meine ich, brauchen wir Kupfer. Und Kupfer. Und Kupfer. Zweimal Kupfer brauchen wir noch dafür. Gucken wir mal, ob wir hier schon irgendwo Kupfer haben. Ich glaube eher nicht. Schwefel hätten wir hier noch. Aluminium da oben. Schwefel dort. Ja, sollen wir uns das Schwefelzeug hier noch reinholen? Schwefel-Erz. Haben wir da genug Platz? Ach, Depot ist leer. Ja. Ja, komm. Wir holen das Schwefelzeug hier noch rein. Schwefel war ja eigentlich hier ganz gut. Da kam ja selten irgendeine fremde Lebensform mit. Resource acquired. Resource being complete. Storage capacity at maximum. Material refining on hold. Raffinerien gestoppt, weil das Lager voll ist. Aha. Ach so. Aber das Depot ist doch noch leer. Da, können wir doch noch sowas bauen hier. Schwefel, nehmen wir doch alles mit. Machen wir unsere Lager mal richtig voll mit Schwefel. Resource beaming complete. Resource acquired. Resource acquired. Resource beaming complete. Resource beaming complete. Thanks. Code. Resource beaming complete. Resource acquired. Das war's. Erschöpft. Die Quelle, glaube ich. Oder? Ein Schwefel wäre noch da. Kein freier Platz. Sind die jetzt so schnell? Oh, tatsächlich. Prozessung. Access granted. Aha. Tatsächlich sind die ganz schön schnell. Das eine Ding nehmen wir uns auch noch mit. Ressource beaming complete. Ressource collectiv. So. Jetzt ist es leer. Schrottleer. Hier oben auch. Aluminium. Uranerz nochmal da unten. Hier wäre noch dreimal Schwefel. Ja, Schwefelerz haben wir da auf dem Planeten noch genug. Gut. Achso, Moment. Wir haben Schwefel so eingesammelt hier. Einmal Schwefel haben wir jetzt im Lager. Aber das Depot, das ist ja eigentlich leer. Achso, ja, das Lager ist... Uran wird jetzt nochmal raffiniert. Wahrscheinlich. Neue Materialien haben wir jetzt raffiniert. Äh, genau. Da haben wir jetzt neunmal Uran. Das letzte Uran wird wahrscheinlich auch noch raffiniert. Dann sind die Lager wieder voll. Und wir können, wir können Kupfer suchen. Einmal Kupfer brauchen wir. Äh, was machen wir mit dem ganzen Uran? Hm. Wir werden schon eine Anwendung finden, hä? Berg. Horn. Horn. So, Terminal nutzen. Und was haben wir denn hier? Äh, Gefahr niedrig. Was, was haben wir hier gesucht? Kupfer! Ja, da müssen wir doch jetzt hin. Hier oben. Oh, da ist ein Händler. Händler Sartorius. Ressourcen 32. Schemata. Zwei Schemata hat er. Ja, da können wir jetzt aber auch nicht hin. Erstmal zu dem Kupfer vorkommen hier. Schrott. Oh, sogar... Ach, einmal. Passt genau. Mehr brauchen wir. Hier haben wir... Mehr brauchen wir gar nicht. Äh, hier haben wir noch einen Pilz. Wieso haben wir den nicht gleich mitgenommen? N2O? Können wir doch auch gebrauchen. Eisen, okay, das ist nicht so wie... Äh, elfmal Schwefel! Wir sind hier, glaube ich, ganz schnell abgehauen, weil in der Nähe Feinde sind. Aber hier, den Schrott, den holen wir uns jetzt. Moment, können wir hier... Einmal einen Hypersprung hinmachen. Brauchen wir nicht mal runter vom Schiff. Bis einmal irgendeine Lebensform dazwischen ist, die nicht darauf reagiert, auf unsere Kugeln hier. Äh, was wollten wir jetzt eigentlich? Achso, Kupfer holen. Einmal Kupfer. Nein, wir müssen noch irgendwie was bauen. Ach komm, dann bauen wir ein Lager. Ich glaube, für ein Lager ist immer Platz. Das ging ja auch mehr um die Energie, dass wir keine Energie mehr hatten. Gucken wir mal, wo wir hier ein Lager anbauen können. Rohstoffe, Depot oder Lager? Lager, Eisen, Energie, ist beides mal egal, ja. Ah, hierfür brauchen wir Kupfer. Nein, Quatsch. Das Lager, Energie und Eisen, drei Eisen. 20 Lager, 20 Lager bekommen wir dafür? Uff, gar nicht schlecht, Depot, 8. Oder haben wir schon 8? Glaub ich nicht. Lager wäre gar nicht so schlecht. Vielleicht Eisen, gleich das Zeug da, mal sehen. Gleich das Zeug, das wir brauchen, da lagern. Das sind Depots hier. Lager haben wir hier. Können wir hier, ja, hier könnten wir noch ein Lager anbringen. Hier auch. Oh, da passen ja vielleicht noch, nee, eins nur. Wie wäre das denn mit einem Lager, ah, da oben? Ach, daneben eigentlich. Das ist schade, hier passt keines mehr hin. Lager an Lager geht auch nicht. Und wie sieht es hiermit aus? Hier haben wir doch noch, ach, das lassen wir mal als Durchgang. Uff, ja, hier zur Seite hin, glaube ich, machen wir eins. Dann haben wir nach vorne hier noch einen Platz frei. So. Oder noch lieber eigentlich hier dazwischen. Damit das gleich daneben ist. Oder hier ein Lager. Für den Koch, was braucht... Ja, wir wissen noch nicht, was der Koch braucht in der Kantine. Ja, ich glaube, anders können wir den Platz hier doch sowieso nicht verwenden. Lager oder Depot. Die Depots sind aber auf der anderen Seite in der Nähe des Hangars, also. So, da haben wir wieder etwas Luft. Lager. 40. Doppelt zu viel. Gut, liebe Welt da draußen. In der nächsten Folge geht's auf Kupferjagd. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020